Da möchte man einfach nur sagen, fuck you. Wenn man da schon mal hört, Alter, ja, uh, uh, wir müssen alles normal machen. Was ist los, Alter? Warum nur? Okay, jetzt erstmal wieder Richtung Skintower oder was? Ich würde gerne speichern. Ja, ja, so, speichern einmal für mein Seelenheil hier, Alter. Das ist für mein Nervenkostüm, muss ich aber speichern, ey. Ey, das ist übel, das ist richtig übel. So, wohin? Gehen Sie zum Maschinenraum, Transitstation. Das kann ich mir ausrufen, oder was? Zum Skintower, Service Offline. Gut, hier kann man sowieso nichts machen. Und hier drüben geht's zur Lawrence, das Techspire. Tja, wo müssen wir jetzt hin? Eins, zwei oder drei? Eins, zwei oder drei? Eins, zwei oder drei? Ah, sagt mal was. Man verliert nämlich so ein bisschen die Überblickung. Sollen wir jetzt zum Skintower oder sollen wir jetzt erst zum Lawrence's Tech? Wie war denn das? Oder Solomon Habitation? Solomon Habitation? Eigentlich nicht, da waren ja, äh, da waren ja die, die Marshall Büros, Büros Wander. Ich glaube, da machen wir nicht hin. Zwei zum Tower. Falls Sie etwas an unseren Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung gestellten Formulare aus. Ich möchte sofort die Formulare aus. Ich finde das schön, total schön hier, deine Transitstrecke. Transitstrecke. Oh Gott. So, dann lasst ich doch erstmal vor Schreck, dass ich jemanden mit Autofahren. Und jetzt hat die Bärmischer schön. Ein bisschen aufbauen wollen. Oh Gott. Ich viel in die Trab. Packet nicht. Packet ist das. Da laufen denn mehrere rum. Ach, äh, 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 Dave, mal eine kurze Frage. Sag mal, wie viel, wie viel vom Spiel haben wir jetzt noch vor uns? Wie viel haben wir jetzt schon geschafft? Zwei Drittel und drei Viertel? Was würdest du denn schätzen? Einfach so prozentual, wie viel haben wir? Ich bin in der Krankenstation. Haben Sie die Kommunikationszentrale erreicht? Ich bin hier, aber zu spät. Apollo hat sich von der Reaktorsäubung erholt und externe Kommunikationswege erneut gesperrt. Verdammt, warum haben Sie mich denn hierher geschickt? Plan B, Rip. Bevor ich los bin, haben die Systeme ein sich näherndes Schiff angezeigt. Ich glaube, das ist die Alessidora. Marlo hat es geschafft, die Autopiloten kurz zu senden, während die Kommunikationswege vorübergehend offen waren. Wir müssen zu dem Schiff. Dockt es an? Nein, aber es befindet sich in Warteposition. Gehen Sie Richtung Ambulanzanlegestation. Es sind Kurzstrecken-Shuttle, aber das reicht. Verstanden. Finden Sie einen Ambulanz-Shuttle. So, jetzt kann ich mir nämlich das Rennen wieder kneifen hier. Und jetzt muss ich wieder smooth dahin schwuppen. So, aber warte mal. Wir werden mal hier vorne kurz mal speichern, wenn wir hier schon mal angekommen sind. 95% wären smart. Gut gegen Falten, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, Dave ist gerade AFK. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie wir jetzt sind. Ob wir es vielleicht bei der nächsten Session beenden können. Das würde ich cool finden. Ich glaube, dann werden wir auch alle erleichtert. Unser Menschen- und Synthetenteam dankt Ihnen für Ihre anhaltende Nutzung des Sebastopol-Transitsystems. Ja, nicht schön. Es gibt nichts Besseres. So, jetzt haben wir schon schön freigeschnitten. Ich bin natürlich immer noch voll mit allem. Und ich bin wieder hier. Ich freue mich so dermaßen, weil es so schön hier ist einfach. Auf der Krankenstation. Ich habe so gute Erinnerungen daran. Ja. So tolle Momente. Oh Gott. Also ich habe hier richtig hier litten auf der Krankenstation. Ich glaube aber, das war doch die Folge mit... 1000 Tode plus. Ach, hier Nowhere. Das Ding ist ja explodiert. Richtig. Ich bin ein Start auf einem Terminal. Malo hat sich bereits eines der Shuttle geschnappt. Aha, schön. Schön für ihn. Finden Sie einen Shuttle. Na, okay. Lass mich raten, genau am anderen Ende. Ja, schön, 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 schön. So, wo wir so dachte. Nicht rennen. Nicht rennen. Nicht rennen. Rates hat dir wirklich was angerichtet. 90 Prozent, ja? Okay. Das ist doch schon mal eine Aussage. Ich glaube, dann werden wir bei der nächsten Session beenden. Das ist tatsächlich... Meine Freundin wäre dann sehr dankbar dafür. Muss man mal sagen. So, ich habe heute schon Janitor Blitz durchlebt. War wild. Und noch eh in Isolation. Was soll ich... Baffi! Oh! Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Ich dachte, mir ist das so ein Facehacker in die Sicht gesprungen. Meine Blü... Aber ich bin ganz cool. Ich bin jetzt eher nicht so der Typ, der sich häufig erschreckt, wie er merkt. Jus, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelay-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedos, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hört sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm einen von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vor, er ist da raus. Die wissen schon, was sie tun. Derlas, Käpt'n der Nostromo, Ende. Hört sich an, als ob der Systemcheck gut verlaufen ist. Einige Schächte müssen noch umgeleitet werden, aber wie mir mehrfach mitgeteilt wurde, gibt es nicht viel, das wir unternehmen können, während sich die Nostromo noch in der Luft befindet. Parker wedelt schon mit dem Papierkram, aber Ripley hört nicht auf, ihm einen von der Sekundärladeeinheit zu erzählen. Ich halte mich vor, er ist da raus. Die wissen schon, was sie tun. Tellers, Käpt'n der Nostromo, Ende. Tja, Mutti, wenn du heute noch schlafen willst, dann nehme ich dir mal den, dann nehme ich dir nochmal den Tipp, irgendwie kannst du dir heute noch in Keep in Mind mal reinziehen noch. Och, der Zahnarzt hier, wunderbar. Geil. Wollen wir gleich nochmal eine kleine OP durchziehen hier. Der Tipp dir dann endgültig, den Rest heute. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, sie wären zu einem Interview bezüglich ihrer Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten. Solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich hab gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint... Die müssen alle, ne? Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keine... Oh, ich sehe ich da vorne. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme... Was schwebt denn dort? Ich erwarte Ihren Anruf. Hallo? Schöner Bolzenschießer. Haben wir jetzt keinen Bolzenschießer mehr? Doch, haben wir. Hm, so ein bisschen. Hm. So, also jetzt nach oben. Aber nach oben kann ich... Ne, warte mal. Hier. Aber hier war doch jetzt die Tür zu, ne? War ich live dabei? Das war schon mal ein Tisch. Absolut. Stimmt. Stimmt. Was war denn da? Ich hab da rein. Letztens haben wir ihn nochmal angekriegt, irgendwie. Also, ne? Für die Postproduktion irgendwie. Ah, ich bin auch gekommen. Fürchterlich. So. Mach du gerade den Schnucko-Riegel rausgeworfen. So. Jetzt war natürlich abzusehen, dass halt der direkte Weg natürlich wieder nicht geht. Hm, hm, hm. Freue ich mich. Wunderbar. Krankenstation, Elend ist draußen. Läuft doch. Läuft doch einfach mal. So. So. Ja. Verdammt. So, tatsächlich würde ich das noch ganz gerne schaffen, irgendwie so als Abschluss heute. Das würde ich gut finden. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, tatsächlich. Irgendwie, weil das ist, wenn ich eigentlich nicht schon wieder hier, ach, dieser ganze Gang ist schon wieder, regt mich schon wieder auf. Ich könnte natürlich auf harte Bandage gehen und sagen, Flammenwerfer frei. Was würdest du mir raten, Dave? Was würdest du mir raten, Dave? Sneaky Pete, oder, äh, ankommen? Was ist denn da? Guck mal, hier waren wir ja auch noch nicht drin, hier, oder? Können wir hier doch? Können wir dann hier mal... Achso. Damit haben wir jetzt die Tür aufgemacht. Das ist auch schön. Schön. Äh, das kannst du mir... Ja, tsch... Die berühmten letzten Worte, genau. Richtig. Naja, aber, ne, ich sag mal so, Glück ist mit dem Mutchen. Obwohl das natürlich echt eine beschissene Idee ist, irgendwie. Aber ich sag mal so, mit dem Flammenwerfer... Könnte ich so ja Glück haben, dass ich es bis dahin schaffe. Burn them all. Ja, natural born Griller. Okay, jetzt geht's los hier. Ich guck einfach mal, ich rufe jetzt einfach mal los. Also, die machen noch hoffentlich hier nicht wieder die gleiche Scheiße, wie davor schon war. Nein, weil sie haben noch einen Androiden da rumzustehen. Schön, ist doch nicht beschissen, ihr noch hier, oder was? Nur, für den hab ich hier auch einen schönen Anstorz. Für dich, hab ich auch einen schönen Anstorz. Nein, gut. Merkwürdig. Daneben? Will der mich verarschen? Ich werde hier einfach... Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und... So, ich werde wahrscheinlich nicht abkürzen können. Okay. Cool bis jetzt, cool, cool. Aber ich glaube nicht, dass ich das Glück weiterhabe. Ah. Hm. 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 Wollen wir noch schnell safen? Ich würde noch schnell safen wollen. Safen wäre gut. Oh, schau, 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 schau. Oh, will ich das wirklich schaffen? Ey, wenn ich das schaffe, das wäre wirklich ein geiler Abschluss jetzt noch. Wenn wir jetzt hier wirklich eine Kapsel noch kriegen, irgendwie. Schön entspannt hinlaufen. Ohne Stress. Ohne Stress. Ohne Stress. Brenn-Granate. Mann, was fickt der denn mit der Brenn-Granate, Alter? Da bringt mir noch ein Käse. Da bringt mir noch gar nichts. So, haben wir nach vorne noch irgendwas. Oh, warte mal. Hier, hier ist aber einfach dann... Ne, die haben wir. Ah, Gameboy 3. Geil. Nice. Schön. Zugangsgenerator 3. Schön. Na, das ist doch cool. Das gefällt mir gut. So, na, dann hacken wir uns mal durch die Tür. Steigen Sie ins Schu-Tail. So. Zwei. Okay. Ja, warte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf Dinger, Alter. Das ist natürlich aber auch ganz schön knackig. Wenn du hier noch auf Stress bist und Zeitmangel, dann wird's heftig. Die Koordinaten sind bereits im System. Drücken Sie einfach auf den Knopf. Und Sie? Geil. Nice. Ey, was ist die Schaft jetzt? Ist einfach aus. Sieht erst mal gut aus. Sieht gut aus, Fennig. Tschüss, der Wasserpool. Muss ich das Ding steuern? Nee, das ist voll alleine. Ich kann einfach nur panisch hin und her schauen. Hörer. Haben wir was? Trau den Frieden nicht. Halt jetzt irgendwo anders an, der sie aber ist zum Poel jetzt gerade angedockt? Was ist der groß? Echt jetzt? Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Er hat so einen Shuttle. Kann ich einfach woher fliegen? Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Was? Warum? Wieso bin ich denn schon wieder gelandet hier auf diesem Drecksklumpen Metall? Ich denke, wir fliegen hier zur Anisidora. Ach, ich bin nur auf der Anisidora. Ach so. Ach so. Na, okay. So, okay. What is the way? Klingt gut. Alles klar. Wie gesagt, sobald irgendwelche Ruckler oder irgendwelche technischen Probleme kommen, sagt mir bitte Bescheid, sodass wir da schnellstmöglich irgendwie agieren können. So, dann schauen wir uns doch mal um hier auf der Anisidora. Was ist überhaupt die Mission? The Mission. Okay, erkunden Sie die Anisidora. Ja, jemand hat die Anisidora in den Sevastopolraum gebracht. Finden Sie sie. Okay. Let's do it. Okay, hier können wir nichts machen. Gehen wir hier mal rein. Die Grafik flasht mich einfach. Die flasht mich einfach nicht. Ich glaube, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Malo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück. Entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Ja, habt ihr euch schön mit angeschissen, irgendwie. Ne? Schön, ihr hins an Bord. So, Signal anfangen. Malo. Hey, sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Louis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Technikerbericht. Technikerbericht, 24.10.2037. Malo, ich muss gerade einige dringende nötige Reperturen an den Unterlichtgeschwindigkeitstriebwerken durchführen. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberhung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten sie mit diesem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance dann auf eine ordentliche Überzahlung sein. Jedenfalls muss ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510. Luis. Okay. Das ist vielleicht die Ärzte in Warnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie wenig davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, wir nicht nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Dave, grüß dich. Hi. Man erwartet mich bei uns. Absolut. 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 Und auf guter Abend. Guten Abend, Dave. So, hier können wir noch starten. Start mit dem Generator. Ab geht's. So, hier nochmal. So, ich hoffe natürlich, dass heute alle butterweichläuft und nicht an irgendwelchen Stellen irgendwie groß hängen. Ich will das heute wirklich gerne durchspielen. Ich hab Bock auf das denn, Leute. So, Tugert-Not. Dass ich hier so stehe, während hier die Reaktoren hochfahren. Ich stehe immer meine Haare zu Berge. Oh, da war doch. Sicherheitszugang. Okay. Mal schnell reinhacken hier. So, wunderbar. Das geht auch gut. Das stimmt aber auch nicht gesund hier. Geh mal weg. Geh mal weg. Geht das hier was auf? Hm, sieht nicht so aus. Karte, Karte, Karte. Da müsste man noch ein... Ah, hier ist eine Tür. Hier, du siehst... Hat sie mich hören können. Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Typ antwortet auch nicht mehr, oder? Irgendwie. Oh Gott, sag jetzt. Ist das Shuttlebuch zurück? Ist natürlich auch noch kein... Willkommen aus der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Schön. Wir haben ja Arbeit erspart. Er musste nur noch ein bisschen aufschneiden sein. Musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Aha, so, so. Ich habe eine Marlow. Okay, gut. Dann rufen wir mal nach unserem Motion Detector. So. Schwupps. Schwupps. Ne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Facehacker. Eieieiei, alter. Mit dem habe ich jetzt nicht gerade gerechnet. So, schnell aufs Terminal zu greifen. Servastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flügschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. E.G. Audio. Das ist ein hoher Ruf. Hier spricht Marshall Waits auf der Servastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Servastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. Haben wir jetzt gerade noch einen Code hier von ihm? Könnte ich nicht fahren, oder? Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstrecken-Shuttle. Und Sie daran erinnern, dass der Servastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Haben wir jetzt gerade hier einen Code übersehen? Konnten wir noch irgendeine Nachricht gerade sehen? Ist nichts. So, so nichts. Okay. Wo ist der Code? Wo ist denn der Code? Vielleicht. Ganz blöde, probieren, ob es der gleiche ist. Mit der anderen Tür. Du bist zwar nicht dran, aber... Achso. Ja. Äh, Moment mal. Moment mal. Ja, falsche Tasse. So. Please open up. Schaffst du heute, denke ich. Dave, das sind Worte, die ich lesen will. Das schaffst du heute. Okay. Okay. Ihr müsst mich heute top motivieren. Wie ihr es immer tut im Chat. Ihr Lieben. Hello? Könnt euch nicht, wenn wir klappern hier irgendwo. Ich hab versucht, Foster zu retten. Ich hab sie auf Sevastopol gebracht. Hab alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur, das sich verwischen. Alle Handzeiten zu stören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Grundsätzlich ist der Gedanke von ihm gut irgendwie. Weil, wie gesagt, das ist ein Organismus, den willst du nicht auf der Erde haben irgendwie. Nee, kann man nicht. Wir gehen weiter. Mein Mikro ist heute echt krass laut irgendwie. Also, bei mir als Monitoring. So, dann schauen wir mal. Das stelle ich noch so. Vielleicht fangen wir mal. Jetzt sind die das Terminal. Kein Strom. Eieieiei. Was ist hier los? Flugschreiberdaten. Okay. Unrecht hat er ja nicht. Absolut, Dave. Absolut. Jojo. Hey, grüß dich. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Mom? Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall. Ich war da angefangen, Jojo. Wir haben gar nicht angefangen. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach... Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Das wäre natürlich geil, wenn sie die originale Sikronstimme genommen hätten. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Massage endet. So, okay. Eine Nachricht vom Morgen. Oh, Gott. Im Englisch ist das so, als sie gar nicht wie war. Mist. Schade. Ach. Hey, hey, hey. Spann mich. Jetzt wissen sie Bescheid. Was will der jetzt machen? Ich kann nicht hier überhaupt nicht. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen. Sonst geht das alles wieder von vorne los. Naja, man kann seine Reaktion verstehen, muss ich sagen. Also, er will um alles an der Welt verhindern, dass das Ding irgendwo auf der Erde landet. Wo dann die Hände der Firma kommt. Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn Sie hier wäre, würde es Sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Tja, öh. Viel sind es auch wirklich nicht mehr, oder? Oh. Okay. Alles klar. Sie hat es gewuppt. Kann ich Ihnen noch aufmachen? Ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Aux? Ich habe es gefunden. Welcher ist er denn? Ist ja der Auxiliator. Hier, er ist der Auxiliator. Oh, die Sonne sind so mega fett in diesem Spiel, ey. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, umfie, zockt das oder hört euch oder guckt euch das über Kopfhörer an. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Taylor, zieh durch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kann es nicht, weil es nicht so mega fett in diesem Spiel geht. Vielen Dank.